Ich bin Arnold Kiefer. Ich habe Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Mutenz studiert und meinen Bachelor im Herbst 2020 erfolgreich abgeschlossen. Meine Bachelorarbeit habe ich im Holzbau geschrieben. Es ging im Prinzip darum, eine Typenhalle aus Holz zu planen und zu projektieren. Das hat also angefangen bei einem Variantenstudium, ging dann über Nutzungsvereinbarung, Projektbasis bis dann hin zum Entscheid für eine Variante. Diese Variante wurde dann bis ins kleinste konstruiert und berechnet. Hat also angefangen bei der Bemessung von verschiedenen Bauteilen bis dann eben hin zur Konstruktion von den Verbindungen und zum Nachbeweis dann der verschiedenen Verbindungen und Verbindungsmitteln. Die Halle wurde dann auch als 3D-Modell gezeichnet. Warum habe ich meine Bachelorarbeit im Holzbau geschrieben? Es hat einfach den Hintergrund, dass ich gelernter Zimmerer bin. Ich habe als Zimmermann dann auch gearbeitet und mein Ziel war es einfach aus der Praxiserfahrung zu schöpfen und die Praxis mit der Theorie zu verbinden und dabei eine bestmöglichste Bachelorarbeit zu absolvieren. Dann geht's wieder mit der Verkaufnahme.